Das gibt's Rache. Call for a good time. Ja, jetzt bin ich auf Zerstörung aus. Alles wird hier zerstört, was wird. Oh shit! Die Knarre ist leer. Das war's. Das gibt Rache, Jungs. Mädels. Schnell raus. Shit! Da war ich zuvoreilig. Yo! Okay. Weniger schnell rushen, sonst geht das hier nicht. Die Knarre hier. Gib mir die Knarre hier. Nice. Fuck. Gib mir Arthur! Shit! Hoho! Nicht mein Arthur. Mein heisst geliebter Arthur. Okay, das war's hier. Hier ist nichts. Was habt ihr hier gemacht, Jungs? Zwei Jungs aufm Klo? No! Ich hab die Waffe weggeschossen. Weggeschmissen. Gib mir ne Waffe bitte. Äh. Und biefe zwischendurch. Und biefe zwischendurch. Weiter geht's. Keine Zeit verliehen. qué ned Ul Hacken rien. Ich hab deine feels. Alltah, wo ist er denn? So da sind Feuerlöschungen Ohoho najbardziej. Naja, schnell. Naja, ich hab nichts dabei. Energiedink. Level clear. Unlock new shoes. Erf violence. Kill 100 enemies. Zeig mal. Techie town. Nice, Unboxing, Schuh Unboxing, Schuh Unlocked, Air Violence, Regain Armor with Every Kill, nice. Die nehmen wir doch gleich mal mit, in Level 5, let's go. Ne Bomby, das erlaub ich nicht. Junge, was kommt jetzt? Oh, shit. Oh, shit. Das war's mit dir, Doggo. Hat sich ausgespielt. Ich brauche Energy Drinks, die wären besser. Oh, shit. Wo geht's weiter? Oh, nice. Money und Gel. Eh, Money und Amo. War's das schon, oder was? Ich bin doof. Oh man, gib mir niemals die Waffe. Get me the beer, please. Das war's mit dir. Ich glaub, da könnte man richtig nice durchraschen, wenn man die ganzen Levels kennt. Okay, das war jetzt doof. Keiner. Aber wir haben es geschafft. Ich glaub, das war's wirklich. Level 5 cleared. 1,20. Shoot 300 bullets. Earn 5 medals. 27 von 27. Weiter geht's mit Level 6. Die Demo ist echt lang für ein Spiel. Kommen jetzt noch Handgranaten dazu, oder was? Okay. 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 Spannende Sache. Yo, Leute. Weiter. Weiter. Shit. Holy shit. Das rät ab. Oh no, gab's da bloß eine Waffe. Ne, der hat noch eine. Oh ja, nein, nein. Alter, jetzt wird's langsam ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, das war's. Level Clear, ein 20 von 21, Open 100 Doors. So nice, Level 7. Oh, nice, ne? Schrotze! Oh, Money, Money. My Money don't shiggle, shiggle. It folds. Oh, ne, der Arme. Komm, ich befreie dich. Oh, wie traurig. Noch ein Bier. Und ein Energy. Let's go. Let that party start it. Man sieht leider nicht so viel. Ähm, hier. Alte! Wie das Blut so wegsplattert. Ähm, hat der denn keine Knarre dabei? Einfach so aus moralischen Gründen. Öffne ich hier die Tore. Ne Kassette. Kennen wahrscheinlich viele gar nicht. Ah, okay. Mies, mies. Die hab ich ja gar nicht gesehen, die Leute. Deshalb ging ja hier, deshalb ging ja auch hier die Musik so ab. Mein Money don't shiggle, shiggle. Ich brauch kein Toastbrot. Aber ein Bier. Ein Bier geht immer. Das wird ein Arena-Kampf. Das sehe ich ja jetzt schon. Shit. Da muss ich mehr Deckung brauchen. Das lief gar nicht gut. Wie sie abgehen, wenn sie mich versiegen. Dann hätte ich fast wieder übel sehen. Alter. Langsam wird's schwierig. Langsam wird's schwierig. Okay, wenn der überlebt, ist doof. Das ist doof, wenn der überlebt. Die Tür muss ihm in die Fresse fliegen. Und zwar nämlich so. Habt ihr eigentlich irgendwas bei euch drin? Nee, nee. Nee, leider nicht. Schade, schade. Traurig für euch. Schade. Ich dachte, ich könnte sie austricksen. Lief leider nicht so. Wie geplant. Alter. Ich frag mich, ob mir das Leben zurückbringt. Hat jemand mehr Schüsse? Nee, leider nicht. Komm her. Komm her. Komm her. Shit. Das war doof. Wieso falle ich immer wieder in meine eigenen Tricks rein? Nee, das wollte ich trinken. Natürlich wird tauscht manchmal die Tasten. Ich würde tauschen manchmal die Tasten. Wo geht es weiter? Ja. Wo geht es weiter? Level Clear, 18 von 18. So doof einfach, aber so gut.